Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch von Röder Feuerwerk das römische Lichterbündel Wirbelwind. Wir haben ein Kaliber von 12 Millimetern, eine NEM von 349 Gramm, eine Steighöhe von 20 Metern und eine Brenndauer von 30 Sekunden. Ja richtig schönes langes Teil und dann würde ich sagen testen wir das und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß Leute. So jetzt das römische Lichterbündel Wirbelwind von Röder. Viel Spaß. Richtig geil Leute. Röder Feuerwerk.